Wir haben Hinweise bekommen, dass es auf einer Hochzeitsfeier eine größere Schlägerei geben soll und unsere Einsatzkräfte sind denn dorthin entsandt worden. Tatsächlich haben die Kollegen Schlägereien auch vorgefunden. Sie wollten dann auch Festnahmen durchführen. Das herrschte dort auch insgesamt eine äußerst aggressive Grundstimmung. Die Kollegen sind dann auch angegriffen worden. Man hat eben versucht auch die Menschen die festgenommen worden sind wieder zu befreien und dann ist entschieden worden diese Veranstaltung aufzulösen, da immer wieder Straftaten zu befürchten waren und am Ende wurde es dann auch so gemacht. Wir waren mit weit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung haben wir erfahren aus Niedersachsen und von der Bundespolizei. An dieser Stelle möchte ich da nochmal Dank sagen dafür. Tatsächlich hatten wir auch Hundeführer vor Ort also es war schon ein wenig größer dieser Einsatz. Wir haben drei leicht verletzte Kollegen nach derzeit im Kenntnisstand und zwei verletzte Hochzeitsgäste auch nach derzeit im Kenntnisstand. Da müssen jetzt noch die weiteren Ermittlungen was ergeben. Also das war wirklich schon ein großer Einsatz, den wir Gott sei Dank nicht jeden Tag haben.